Geile Runde DALLU, Kaupe! DALLU, wenn du das jetzt nassst, DALLU! 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 Du misgewohnts! MAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Hallo Leute was geht, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, da war meine Stimme auch direkt wieder weg Ich bin nämlich tatsächlich echt überrascht, dass wir es geschafft haben jetzt alle vier wieder hier zu sein mit dabei ist der liebe... Ganz kurz, ja, mit dabei ist der liebe Sepp von peets meet Hallo Der liebe Dallukart von...Dallukart Hallo Und der liebe Max von, ja, Händen auf Platz, also es ist ein Wunder, Leute, wir sind alle wieder komplett und dementsprechend können wir jetzt hier auch gemeinsam eine richtig geile Runde spielen und ich würde sagen, viel Spaß in dieser Folge von den Salzpuppen. So, äh, wollen wir mal nach Salty? Äh, finde ich ganz gut, ich gehe glaube ich zu einem Crackhouse. Pass auf, Seb, bei dir ist einer letztlich oben reingebaut. Ja, ich habe doch direkt. Der hat auf jeden Fall C4 geplantet. Baby, was ist denn hier? Warte mal, ich habe auch C4, ich komme mal zu dem. Wie war das denn hier? Äh, ne, 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 oh Mann, Junge, warte Dalu, ich habe Kleine für dich, komm her. Ich habe Kleine für dich, Dalu, bevor du nimmst, komm her. Den haben wir direkt weggebumst. Schön, Max. Max, hast du gut gemacht. Setzen. Oh, da unten im Haus ist einer, der geht hemmen. Haben wir, haben wir. Äh, mit der, Alter, schön weiß. Bleibt da noch eine Knarre über? Hier ist noch eine Knarre, ja. Ja, hier ist eine Farmer. Wo? Ne, er ist nicht mehr da. Achso, hier, eine Farmer. Hier, hier, Dalu nimm sie. Ah, danke, ist eh besser. Meine Kiste. Meine Kiste, ich fordere nur ne Shotgun Die ist hier unten Meine Shotgun? Nein, ist die nicht Da liegt ne Shotgun drin Liegt wirklich ne Shotgun drin Ach Dalu, Mann Warte, komm wir tauschen Dalu Ich hab dir eben schon die kleinen Tränkel gegeben Du hast mir auch die grüne Eier gegeben Ja Dalu, dann gib mir doch wenigstens die gute Shotgun Jetzt komm, sei doch mal nicht so Mach die Kiste von unten kaputt Mann Junge Gibt doch Aber unten ist ne Shotgun Dalu, Alter, du bist so ein Oh Mann, ey Du musst in die Shotgun drin Hier ist keiner Im Haus Es ist so ein farbloses Stück Scheiße, Alter Braucht doch kein Mensch Hinten stehen welche 350, die gehen gerade auf Dusty Ja, geh mal machen, oder? Gerne Ich würd jetzt da die Konfrontation tatsächlich nicht suchen Ich mein, wir könnten ja mal versuchen, mit denen zu... Hallo? Hallo? Oh, hier ist jemand AFK direkt neben mir Der ist down Wow, dann schießt der einfach Was n' Arsch, ich dachte, du müsstest mit dem Regen Den hab ich Den hab ich Der war easy, der war easy für mich Mann Dalu Gib doch die Scheiße hin Mann Junge Hier direkt vor mir ist einer Einen hab ich Der andere Kopf ist low Ja Nice, schön Ne, wie hier liegt ne gute Shotgun Wo sind die Gegner? An der Oster-Arsch-Insel Ah, Oster am Arscher Oster-Arsch Ich hab 30 AR-Schuss, aber es reicht Abgeben werde ich dir an der Stelle nichts Einen down Andere hatten Hits Von 345 Holzhütte, komm auch noch Shotgun Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten Lebt noch Gehen, pushen Habt ihr, oder? Granaten, kommt oft Unbehofft, kommt oft Unbehofft, kommt oft Ja! Granaten-Stil Jawohl, haben wir Alles weggerotzt Junge, ich hab da glaube ich 60 Granaten drauf geworfen Ich hätt gern die Scholli hier Weil Revi meinte ja hinter uns Ja hinter uns war auch noch irgendwas Ja Wir müssen übrigens in ne ganz andere Richtung, Leute Die Zone kommt in den 10 Sekunden Oh, das stimmt Ja, aber den knallen wir vorher noch ab, oder? Hier bei mir ist er Hier hinter dem Stein Oh ja, da ist er Ja nice Ich hab ihn auch noch gehitten Und ein Daluk Nehm mich kotzt das einfach nur noch an, Alter Hier liegt ne gute Scholli Da fahren welche mit dem Golfkart Was machen die für Quatsch Die haben Bock Die wollen fighten Die haben Golf verzielt Ja, ich glaube ich kann die richtig gut flanken Ich glaube Revi hat geschossen Ja, ich muss nicht, weil der mich anbietet hat Keinen verpetzt Ja, ja, ja Die haben Aufmerksamkeit auf euch Ich kann den gleich hin rücken fallen Ich hab dem einen Einen hab ich 90 Über die Revi, der ist runter gesprungen schon Zwischen unten Komm Ja, ja, ja Oh nice Revi Der andere, der baut gerade Ich geh down, gar nicht Alles easy Haben wir Und hier vorne noch den einen Der ist in 2 Ah, der hat das vergessen Dass der Ding nicht gebaut ist Einen haben wir Ne War Hast du den anderen Der ist tot Medicate, medicate mit dir Ich bin gleich am Arsch Warte, ich hab ein Jumphead Ich hab ein Jumphead Bau hoch, bau dich hoch, bau dich hoch Bau eine Platte, sobald du kannst Ja, jetzt Oh Gott Jumphead Jumphead Huch Easy Da hab ich aber grad noch Rechtzeitig die Die Schlürfhacken Die Schlürfhacken Hier Jungs, ich hab hier ein Lagerfeuer Kommt mal her hier Hier Jungs, kommt Ja Oh von der Seite Wette mich Kann ich jetzt nicht Sepp, du musst auch schießen Ich musste mich erst einbauen Ich hab selber kaum Leben Ich hab selber kaum Leben Ja Jungs, ich glaub Dalo ist lost Da müssen wir da auch mit Ja Jungs, ihr macht es Heute ist vorbei Da hin Down Äh, Süden, Süden, Süden Was denn? Dude, böser Dude Unten an der Zone Der kommt gerade über die Kante Hinter den Bäumen gerade Der kommt jetzt sofort über die Kante Zwei Leute Wie viel? Zwei, sagte ich Ich sagte zwei Einer down Keiße, hinter dir, hinter dir, hinter dir Ah nice Oh! Hab beide down, hab beide down Max, ich hab dich Ich hab dich, Alter Ich hab dich nicht nochmal Ich hab dich auch lieb, hab ich dich Nice Hier sind Verbände Uh, Maxi Ich hab noch, ich hab noch Mini Schildtränke Hier Max, nimm die Minis Alter, du bist, du bist einfach Ein Gentleman Dankeschön Komm her Ich geb mir ja auch manchmal Mühe, ne? Dalo, komm Dalo, es reicht Ja Jungs, das könnte ein Epicher, äh, Win werden Epicher Epicher Da sind vier, vier Gegner, Leute Wo sind sie denn hin, ey? Da vorne, da vorne, ähm N-O, N-O Ich push jetzt einfach da hoch Ich weiß jetzt nicht, ob ich, also Ich werde wahrscheinlich down gehen dann Bei dem Versuch Ne, nicht tun, nicht down gehen Er baut hoch Er baut sich hoch Ich baue ihm sein Ding weg Verdammt, er baut nach Wer hat noch von irgendwo beschossen? Von links, von N Von Norden Aus dem Wald Aus dem Wald Aus dem Wald, hier close ist einer Der ist mit dem Jumphead weg Der kommt zu dir, Revi Der ist auf deiner Ebene Nicht gut, komm runter Komm wieder runter Komm runter Da oben ist er, da oben ist er Goldene, goldene Ja, golden, alles golden Komm, den Mama Der rechts oben ist einer Und einer ist unten links Unten links am Berg Unten links am Berg Hab ihn einmal gehittet Ja, dann baller ich den einmal weg Oh Gott Ich hab richtig kassiert, Jungs Oh Guck mal, hab ich ein Lagerfeuer Direkt neben mir, ich hab ihn weggebombt Aber er macht mich jetzt Leute, er ist oben drauf Ne, jetzt macht er mich Verdammt Okay, Max, kommst du zu mir? Mistvieh, der ist oben in diesem Ding drin Ich hab eine gute Posey Die sind beide da oben Er hat nur 70 HP Hä? Oh, da war die Schulter noch draußen Ja, der wird jetzt pushen Der kommt runter, der ist low Der ist low Der kommt mit dem Raketenwerfer Oben rechts, oben rechts, Revi Egal, du kannst ihn unten jetzt machen Da war er gerade Unten der ist down Er kommt hinter dir Hinter dir geflogen Über dir Nein! Nein! Ich hab nicht gehört, weil ihr alle geschrien habt Ja, sorry Sorry Na ja, Jungs, trotzdem Gute Runde, ne? Ja, geil Max ist meine Kiste, das ist ja klar Krass, Alter Max, nimm sie die einfach Ich kann die nicht reinbauen Ich kann die nicht reinbauen Ja, dann kommen wir da hin, Max Da kommen wir da hin, oder? Richtig drauf? Wo? Boah, die sind lext, Alter Ich hab lextes Todes Impuls hier alle Oh ja, ich hab impuls Jungs, ich hab wirklich 10 FPS Die sind im Flur Eher auf der Treppe stehen Ich hab noch nie Waren beide tot, ne? Alter, wie laggy Das ist nur, weil wir davor über ein bestimmtes Thema geredet haben Das ist jetzt Absicht Wer? Beide down Oben auf dem Big Mountain Ey, Jungs, ich kann so nicht spielen, wa? Aber woran merken wir den Unterschied, Rebi? Dado, du bist ja wieder ein witziger, ne? Ich hätt dich lachen gehört Also ich hab zumindest, ich hab zumindest, äh, ein bisschen gesmiled Ab ihn Das ist halt super krass gerade Ja, es ist runter Auf den anderen down Ey, Jungs, ich hab... Ich spiele mit 10 FPS, Alter Einer ist auf dem Backsteinggebäude Ja, der baut da schön Schieß den immer runter, oder? Der fällt jetzt runter hier Auf Wiedersehen, Kollege Mach's gut Der war da gar nicht da oben Da war doch gar keiner Da war doch gar keiner Das ist der andere Backsteine, Rebi Ja, aber kann ich ja nicht riechen, Alter Jetzt ist vorbei Ich hab ja gerade kurz Performance gesehen Bin ich gar nicht gewöhnt von den hier Jo, hab ihn War so ein Dude, der noch auf seinem Nokia gespielt hat Der hat die komplette Lobby kaputt gemacht, Alter Alter, okay, steck Geile Runde Dalo, verpick Dalo, wenn du das jetzt nassst Dalo 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 DU MISGEMOTS DALO DALO Rebi hat die Kiste aufgemacht und dann hat er die Boogiebomb abbekommen Da hab ich vor ihm noch gewartet Lass dir hier ne lila Schotti rumliegen Das war meine Das ist falsch Junge, Alter Egal Titel für das Video steht Das war auch so geil Das war die legendäre Schotti rausgekommen Und noch der große Schildtrank, Alter Und das Jagdgewehr Und das Jagdgewehr ist weg Und das die sind welche Okay, mal rein Jungs Rechts Sepp Hat ein Hedger bekommen Oh, hier sind ganz schön viele Drei Stück springen um die Ecke hier Oh, jeder schluss ein Treffer Kommt noch die Olle da Die Olle Eine noch Ne, zwei sind da noch Zwei sind da noch Zwei sind da noch Rivi, jetzt kommt deine Chance TÜTÜTÜ BÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖĞ WU ох das krass Gut gemacht So Alter, dass war da was세요 ich muss ganz kurz hier looten, Jungs Jo, er lootet halt Er lootet er sit zwar, ehrlich executed Was denn falsch mit ihm! Jo, Gott ist gerecht Das müsstest du noch spüren Erneut Na Der Gegner kommt auf uns zu Von wo? Das ist ein Witz Ääääh Norden, ich bin Vor mir wieder defended Aber der wichtigen Leute den einen haben wir down rechts ist noch einer Einer ist close zwischen den Bäumen hier. Den unten habe ich. Den da. Den mach mal jetzt. Boah, ich bin einfach instant down gewesen, Leute. Komm, der ist slow, der ist slow, der ist slow. Der ist slow, der ist schon gelb gewesen. Gelb ist ein kritischer Treffer. Einer ist bei mir noch. Oh nein, da ist noch einer. Noch ein Team von oben. Nee, da. Nice. Bei mir, bei mir, bei mir. Digga, zieh mich doch hoch, hallo. Nee, du bist, du hast dich bewegt, Junge. Ach Junge, du bist so blöde. Du hast dich bewegt. Was machst du, ich hab gar nichts gemacht, du hast dich weggedreht. Du hast dich bewegt, Junge. Jetzt geh ich Dalu retten. Max ist down, aber nichts verloren. Ich mach das, Dalu. Da, wo ich gestorben bin. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Einer ist close, einer ist close. Ähm. 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 Was? Wie habt ihr gemacht? Nice. Wir haben ihn doch. Da kommt noch ein Team. Dalu hast du. Oh Gott. Über mir, Dalu. Der hat direkt auf mich geschossen. Ja, mach. Seid ihr wieder frisch? Ja. Nein. Leucht. Nein. Ach komm. Alter, ihr habt euch beide one-pumped. War eine gute Runde, Jungs. War eine gute Runde. Viele Kills, kein Win. Ja. Da holen wir jetzt noch einen. Da holen wir noch einen Win. Komm, Jungs, auf, auf, ja. So. Lass knallen. 2000 Jahre. Null Kills. Später. Der eine, der rechnet. Der rechnet keinen Schild. Ich hab einen Kill. Ich hab einen Kill. Schön, Revi. Nice. Oh mein Gott, der Bittels war so krank. Geil. Ich hab einen Kill. Ich hab einen Kill. Ich hab einen Kill. Mit dem krassen Sniper. Wuhuuu. Der Fekke, 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 der Fekke. Oui. Fekke, der Fekke, der Fekke, der Fekke, der Fekke.